Einen verloschen guten Tag mit euch und herzlich willkommen zu einem weiteren View hier auf meinem Kanal. Heute mal kein normales Minecraft Video, ich habe es jetzt einfach mal hier auf dem eintracht.net Server gestartet. Jedoch möchte ich eine kleine Serie starten, die wird es nicht allzu oft geben, aber halt immer wenn ein Update passiert, das kann unterschiedlich sein, mal mehr, mal weniger. Ihr seht zum Beispiel in meiner Facecam, ich habe den neuen Hintergrund, das ist noch nicht der finale Hintergrund, zum Beispiel hier, äh Moment, so hier die Box und darunter die drei Sachen werden denke ich mal in Zukunft noch anders ausfallen. Damit bin ich noch nicht zufrieden, das ist das Tempo leer und ja, hier hängt noch, da sind Kabel verstanden, drüber hängt noch was, nicht wundern wofür das ist. Ja, heute geht es nämlich um eigentlich das beste Gaming-Deko-Stück, was man in seinem Raum hängen kann. Also ich wüsste jetzt nicht, was da Geileres geben sollte und zwar habe ich aus meinem Logo eine eigene LED-Lampe erstellen lassen und es wurde schon einmal gefragt, wo man das kaufen kann. Deswegen dachte ich mir, ist das vielleicht als View schon ganz interessant und das macht, ich habe bis jetzt noch nirgendwo, wo ich ein Video gesehen habe, zum Beispiel es gibt ja viele Setup und Roomtouren, da habe ich noch nirgendwo gesehen, dass jemand sein eigenes Logo als LED-Lampe hat. Und deswegen dachte ich mir, wäre vielleicht ein Video schon eigentlich sehr interessant und deswegen mache ich das heute einfach mal. Und zwar möchte ich damit auch eine kleine Serie starten, zum Beispiel wenn ich an meinem Raum hier ein bisschen weiter baue, mein Raum ist hier gefühlt eine Dauerbaustelle. Ich habe mir auch schon wieder was Neues bestellt, weil ich hier mit meinem fetten Schrank, der zu viel gegessen hat, eindeutig schon einen neuen bestellt, aber darum geht es jetzt nicht. Ich würde sagen, wir tun jetzt hier mal die Ansicht wechseln und zwar wurde nämlich schon gefragt, wie man denn eine eigene LED-Lampe denn bekommen kann, denn das ist jetzt nicht so einfach über Amazon, Ebay oder sonst wo halt möglich. Zum Beispiel bin ich jetzt hier auf meinem Instagram-Profil, der ttbyt, in der Beschreibung verlinkt, könnt ihr mir gerne folgen. Hier seht ihr zum Beispiel meine neue Dekowand, habe ich vor zwei Wochen eben neu gemacht und dann halt gepostet. Auf Instagram tue ich hier mal ein paar Updates jetzt auch zu meinem Raum posten. Das ist zum Beispiel, hier ist der große Monitor, kennt man aus meiner Roomtour. Daneben ist die Dekowand und rechts davon hängt jetzt meine LED-Lampe. Warum sie nur fassfähig ist, wie ich beschreibe, hier soll nämlich eine andere LED-Lampe hin und zwar gibt es da noch dieselbe halt, aber übereinander. Denn diese kleine, ja und hier hat sie einen freien Bereich rein, da die halt einfach besser reinpasst und das sieht, denke ich mal, auch besser aus. So, hier habe ich aber auch meine LED-Lampe gepostet und ja, so sieht das Ganze aus. Sieht jetzt auf dem Bild ehrlicherweise nicht so schön aus, wie es im Echten ist, aber das zählt ja auch, wenn es im Echten besser aussieht. Hier sehen wir zum Beispiel die LED-Streifen, die wurden nicht einfach nur 0815 dran geklebt und zwar hat er da so eine bestimmte Flüssigkeit, bisschen Klebeflüssigkeit oder halt irgend sowas, was halt den Strom leitet, hingeparkt. Weil die eben abgeschnitten sind, damit man auch diese Form vom Logo richtig ausleuchten kann. Die Augen leuchten hier noch und die Zähne auch und hier sehen wir zum Beispiel das bei Tag im Dunkeln und dann nochmal von der Seite. Das Ganze ist aus Holz, ist auch sehr schön gemacht worden. Und ich zeige das auch nochmal gleich hier in meinem Raum und hier hat schon der Christian gefragt, wo kann man die kaufen? Und da hat er hier auch schon geantwortet und zwar Solo Wave Store. Ich hoffe, so spricht man das aus. Er macht nämlich diese ganzen schönen Custom-LED-Lamps, er hat Custom-Lamps und Nachtlichter geschrieben. Über 1000 handgefertigte Lampen hat er erstellt und er hat sogar auch eine eigene Website. Da bin ich gerade zufälligerweise drauf gekommen, ich wusste gar nicht, dass es die gibt. Also zum Beispiel hat er hier eine Superhelden-Lampe, eine Batman-Lampe gemacht. Avengers finde ich sehr schön gemacht, die Lampe oder Spider-Man zum Beispiel, Overwatch. Also es gibt schon viel, was er hier so macht. Eine Fortnite-Lampe oder halt eine eigene LED-Lampe, die man auf sein eigenes Logo halt angefertigt haben möchte. Ihr seht ja zum Beispiel die Lieferzeiten aus drei bis fünf Wochen, Europa zwei bis drei Wochen. Das ist halt am kürzesten und da ich glaube ich eigentlich nur deutsche Zuschauer habe, ist glaube ich auch am besten. Hier sieht man halt die ganzen Lieferzeiten. Also der liefert rund um die Welt, kann man sagen und das auch sehr gut ausgepolstert. Also es war eine halbe Wissenschaft, das auspacken ehrlicherweise. Hier sieht man zum Beispiel meine LED-Lampe in den verschiedenen Farben oder halt auch mal als Video. Denn man bekommt hier noch so eine, ja Lampe, äh Lampe, eine Fernbedienung für die Lampe dazu, womit man auch die ganzen Farben einstellen kann. Hier sieht man auch zum Beispiel seine Werkbank und wie er halt das Ganze macht. Er hat auch übelst große Maschinen. Ich kann euch hier mal ein Video einblenden, das hat er mir geschickt. Wie zum Beispiel mein Logo gemacht wurde oder beziehungsweise meine Lampe. Am coolsten fand ich bis jetzt auf dieser Seite dieses Einhorn mit diesen unterschiedlichen Farben. Das ist zum Beispiel dort halt eine, ein LED-Schild, wo man an ausmachen kann. Ich habe zum Beispiel ein Logo, da kann man jetzt hier mit der Fernbedienung alles einstellen. Das wird hier denke ich mal schwierig funktionieren. Aber es funktioniert auf jeden Fall. Es hat sogar zwei Monate gedauert, bis ich das bekommen habe. Also seit Erstellung des Konzepts. Er hat mir ein 3D-Modell erstellt. Dann habe ich entschieden, ja das möchte ich. Habe ihm das Geld überwiesen. Ich habe dafür 100, ne 95 Dollar gezahlt, weil ich einen Code hatte, noch einen 5% Rabatt. Aber normalerweise kostet das 100 Dollar, das sind so 95 Euro ungefähr. Und für eine eigene LED-Lampe, weil das hier zum Beispiel eine Unikarte, das sind alles Unikarte. Außer die, die hier massig verkauft sind, glaube ich so 0, äh ja nicht 0815, aber die man öfters kaufen kann. Ihr seht ja zum Beispiel, die wurden in die USA, Guatemala, Kypros oder nach Deutschland oder als Spanien gesendet. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt mal in meinem Zimmer an. Und dann könnt ihr euch auch mal entscheiden, ob ihr auch so eine Lampe wollt. Weil ich habe schon viele Roomtours gesehen. Und da habe ich noch nie sowas gesehen. Ich möchte schon mal mal ins echte Leben. Hier haben wir zum Beispiel diese Fernbedienung und hier über meinem großen Monitor habe ich zum Beispiel jetzt das Schmuckstück hängen. Da hängt es. Ich kann jetzt mit der Fernbedienung hier zum Beispiel, wenn ich das auf Rot stellen möchte, auf Rot stellen. Dann haben wir auch Grün oder etc. Alle Farben eigentlich, es ist halt RGB. Schwarz gibt es sogar auch. Oh, da ist das Schwarznil des Türkis. Ich bin farbenblind. Tut mir leid, Leute. Aber es gibt hier auch verschiedene Modi, die man einstellen kann. Zum Beispiel, das ist, oh ja, super gefilmt. Also zum Beispiel smooth über alle Regenbogenfarbig halt so geht. Also das ist auch schick, wenn man so keine eindeutige Farbe hat. Oder ein bisschen zum Relaxen. Ich habe das Ganze normalerweise in Blau. Hier ist zum Beispiel meine LED-Deko-Wand mit ein paar Patronen von Harry Potter. Und ja, das habe ich gepostet. Hier soll dann halt die andere reinkommen. Und hier unten dann die, die jetzt da steht. Hier haben wir zum Beispiel noch die D-Wurm. Ach, da sieht man sogar schon meinen Zettel im Hintergrund. Ist ja witzig. So, da haben wir hier zum Beispiel das Wetter und die LED-Uhr, die hängen ja einmal da. Dieser Schrank kommt da auch noch raus. Der hat einfach zu viel, der hängt einfach viel zu viel Platz weg. Der passt dann dann eben hier auch rein. So sieht das Ganze bis jetzt aus. Da kommt auf jeden Fall noch ein bisschen was dazu. Hier mal mein neues Schmuckstück. Uiuiui, das Ding war teuer. Aber es sieht auf jeden Fall schick aus. Und ja. Ich tue das Ganze euch in der Beschreibung verlinken, falls ihr auch eine LED-Lampe auf euer eigenes Logo haben wollt. Also, für mich hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Ich finde es ein richtig geiles Dekostück. Und ich habe bis jetzt noch kein besseres gesehen. Also, ja. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Wir sehen uns bei einem neuen Video. Abonnieren, Glock aktivieren. Haut rein und ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal.